Was ist eigentlich ein Hilbertraum? Oder lasst es mich nochmal anders aussprechen, was ist ein Hilbertraum? Weil eigentlich ist das Ding nämlich nach dem Mathematiker Hilbert benannt und nicht nach irgendwelchen Träumen. Wobei es am Ende doch schon ein winzig kleines Träumchen ist, wenn man die Möglichkeit hat, in einem Hilbertraum zu rechnen. Um jetzt zusammen Hilberträume zu verstehen, möchte ich mich gerne mit euch auf den Standpunkt von Vektorräumen stellen. Ja, also wir wissen jetzt bereits, was ein Vektorraum ist und wir wissen, dass auf so einem Vektorraum bereits eine Vektoraddition und eine skalare Multiplikation existieren. Zusammen mit sowas wie neutralen Elementen und so weiter haben wir also schon so ein bisschen an Struktur auf solch einem Vektorraum gegeben. Allerdings reicht uns das bei Weitem noch nicht. Wir können jetzt zwar zwei Vektoren addieren oder auch Skalar multiplizieren, allerdings können diese Vektoren immer noch völlig ungeordnet im Vektorraum drin liegen. So ein Vektorraum hat von Haus aus erstmal überhaupt keine Struktur, wie wir sie jetzt zum Beispiel aus dem dreidimensionalen uns umgebenden Raum kennen, dass irgendwie ein Punkt im Raum näher an uns dran ist als irgendein anderer Punkt im Raum oder wie auch immer. Diese ganzen Strukturen, Längenbegriffe und so weiter haben Vektorräume von Haus aus nicht und die müssen wir uns jetzt noch irgendwie dazu basteln. Eine allererste Idee kann es dann zum Beispiel sein, dass man sich irgendwie eine Topologie auf diesem Vektorraum definiert. Eine Topologie, das ist eine Struktur, die spezifiziert, was offene und was abgeschlossene Mengen sind. Das ganze Gesamtkonstrukt nennt sich dann topologischer Raum und ja, wenn wir einen topologischen Vektorraum gegeben haben, dann wissen wir also, was zum Beispiel abgeschlossene Intervalle sind oder was offene Intervalle sind oder all diese Begriffe, die haben wir in topologischen Räumen gegeben. Das ist schon mal ein bisschen mehr, allerdings haben wir immer noch keinen Längenbegriff oder ähnliches jetzt definiert. Das Ganze kommt in metrischen Räumen hinzu. Einen metrischen Raum, den kann man sich jetzt ungefähr so vorstellen, dass man einen Vektorraum gegeben hat und diesen Vektorraum, den hat man jetzt noch mit einem Zollstock ausgestattet. Und dieser Zollstock, der ist jetzt dafür gut, dass man irgendwie die Abstände zwischen zwei Punkten x und y messen kann. Ja, in der Mathematik wird man jetzt solch einen Zollstock, mit dem man Abstände messen kann, ein bisschen anders realisieren und zwar in Form von solch einer Abstandsfunktion dxy, die also zwei Vektoren aus dem Vektorraum reinnimmt und dann auf eine reelle Zahl den Abstand abbildet. Solch einen Zollstock zu haben, ist ja jetzt erstmal gar nicht schlecht. Wir können jetzt also den Abstand zwischen zwei Punkten in einem Vektorraum messen. Allerdings möchte ich mir jetzt einen ganz speziellen Zollstock rausnehmen, dem Nimbus 3000 unter den Zollstücken. Der kann nämlich was ganz Besonderes, der kann den Abstand nicht nur zwischen zwei Punkten messen, sondern den Abstand zwischen einem Punkt und dem Ursprung dieses Vektorraums. Also ich kann ihn hier anlegen zwischen solch einem x und hier dem Ursprung des Vektorraums. Diesen ganz besonderen Zollstock, den möchte ich jetzt Norm nennen. Ja, also solch eine Norm, ein Beispiel dafür ist zum Beispiel der normale Betrag in den reellen Zahlen. Wenn ich da zum Beispiel die Minus 1 in diesen Betrag reinstecke, dann kommt die 1 raus. Das bedeutet also, wir haben hier mit dem Betrag nichts anderes gemessen als den Abstand von der Minus 1 zum Ursprung. Im Allgemeinen bezeichnet man jetzt diesen Abstand hier mit diesem Normsymbol, das heißt mit diesen doppelten Betragsstrichen rechts und links und das ist halt auch wieder nichts anderes als eine Abbildung, die x auf eine reelle Zahl abbildet. Damit sind wir aber auch immer noch nicht zufrieden. Wir sehen uns auch immer noch nach ein bisschen mehr Struktur und diese bekommen wir in Skalarprodukträumen. Wenn wir in den normierten und metrischen Räumen jetzt immer über Zollstöcke gesprochen haben, dann haben wir in den Skalarprodukträumen jetzt ein Geodreieck, mit dem wir den Winkel zwischen zwei Vektoren messen können. Solch ein Skalarprodukt kann man jetzt natürlich auch wieder in Form von einer Abbildung realisieren, die jetzt irgendwie die Vektoren x und y auf eine reelle Zahl abbildet und diese reelle Zahl ist dann ein Maß für den Winkel zwischen den beiden Vektoren. Ich notiere jetzt hier einmal das Skalarprodukt für die Vektoren x und y mit solchen spitzen Klammern. Ich habe das Ganze hier jetzt übrigens nicht ohne Grund wie solch eine Pyramide gezeichnet, die immer weiter nach oben aufbaut. Das Ganze hat einfach den Hintergrund, dass sich diese Eigenschaften immer weiter nach unten vererben. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel mich auf den Standpunkt stelle und ein Skalarproduktraum einfach mal vor mir habe, dann ist dieser Skalarproduktraum auch automatisch schon ein normierter Vektorraum. Ich kann mir mithilfe des Skalarproduktes aus dem Skalarproduktraum eine Abbildung definieren, welche ich dann als Norm verwenden kann. Mit anderen Worten, das Skalarprodukt, das induziert eine Norm. Und so fällt das immer weiter die Stufen in dieser Pyramide runter. Jeder normierte Raum ist auch automatisch schon ein metrischer Raum und jeder metrische Raum ist auch automatisch schon auf gewisse Art und Weise ein topologischer Raum. Soweit schön und gut, aber wie kommen jetzt Hilberträume mit in diese Pyramide rein? Ich meine, ich wollte euch ja eigentlich sagen, was ein Hilbertraum ist und ich habe das Wort bisher noch kein einziges Mal seit dem Anfang wieder in den Mund genommen. Keine Sorge, wir sind fast da. Wir müssen uns nur noch ein weiteres Konzept anschauen und das ist das Konzept der Vollständigkeit. Wenn ein normierter Vektorraum vollständig ist, dann nennt man ihn auch Banachraum. Ich möchte jetzt nicht das gesamte Prinzip der Vollständigkeit hier in diesem Video erklären, das ist dazu viel zu umfänglich. Allerdings kann man mit einfachen Worten sagen, dass ein normierter Vektorraum vollständig ist, wenn jede Cauchy-Folge bezüglich dieser Norm konvergiert. Da steckt natürlich am Ende noch ein bisschen mehr dahinter, hinter der Vollständigkeit. Wie der Name schon sagt, ist halt ein normierter Vektorraum, der vollständig ist, eben vollständig. Das heißt, er hat keine Lücken mehr. Es gibt nicht irgendwo einen Punkt, wo man sagt, hey, da müsste eigentlich noch eine Zahl sein, aber da ist gar keine Zahl. Er ist halt eben vollständig. Jetzt fügen wir das einmal mit der Tatsache zusammen, dass jeder Skalarproduktraum ja automatisch schon ein normierter Raum ist. Ja, diese Eigenschaft vererbt sich ja immer weiter runter in dieser Pyramide. Das bedeutet, wir können den Vollständigkeitsbegriff auch für Skalarprodukträume anwenden. Und wenn wir jetzt einen vollständigen Skalarproduktraum haben, dann nennen wir diesen ein Hilbertraum. Also, fassen wir noch einmal zusammen. So ein Hilbertraum, das ist wirklich die Creme de la Creme, in der man rechnen kann. Ein Hilbertraum ist zum einen vollständig. Wir haben ein Skalarprodukt zur Verfügung. Wir können den Abstand zum Ursprung messen. Wir können den Abstand von zwei Punkten untereinander messen. Wir haben eine vernünftige Topologie und natürlich auch noch unsere Vektorraumstruktur. Also das ist schon einiges. Und wenn man in Hilberträumen rechnen kann, dann macht das auch echt mehr Spaß, als wenn man irgendwie in metrischen Räumen rumdümpeln muss. Ein ziemlich einfaches Beispiel für solch einen Hilbertraum ist jetzt, naja, ganz einfach erstmal der R3. Aber lasst mich das euch jetzt nicht einfach nur so sagen, sondern lasst uns jetzt noch einmal genauer untersuchen, warum der R3 denn ein Hilbertraum ist. Beim R3 ist das jetzt zugegeben noch ziemlich einfach zu sehen, aber keine Sorge, ich haue euch auch gleich noch ein etwas komplizierteres Beispiel um die Ohren. Wie ich jetzt schon angefangen habe zu notieren, ist der R3 ein Skalarproduktraum bezüglich des Skalarproduktes, welches hier die Vektoren x und y hier komponentenweise aufgeschrieben nimmt und auf die reelle Zahl x1y1 plus x2y2 plus x3y3 abbildet. Achtung, wenn ihr jetzt irgendwie die Aufgabe bekommen hättet nachzuprüfen, dass es sich irgendwie beim R3 um einen Hilbertraum handelt, dann wärt ihr an dieser Stelle noch nicht fertig. Ein Skalarprodukt muss noch ein paar zusätzliche Eigenschaften erfüllen, die ihr dann an dieser Stelle noch nachprüfen müsstet. Das ist aber alles erfüllt und wir schenken es uns einmal hier an dieser Stelle. Vielmehr wollen wir uns jetzt einmal anschauen, dass der R3 natürlich auch noch ein normierter Raum ist. Genauer gesagt können wir uns eine Norm definieren mit Hilfe des Skalarproduktes und zwar genau so, wie ich es hier schreibe. Also einmal die Wurzel aus dem Skalarprodukt Vektor x zweimal in beide Komponenten eingesetzt. Das Ganze ist nichts anderes dann, wenn wir jetzt einmal die Definition des Skalarproduktes von oben einsetzen, als die Wurzel aus x1 zum Quadrat plus x2 zum Quadrat plus x3 zum Quadrat. Ganz nebenbei, wenn man sich eine Norm hier so definiert, also als die Wurzel aus dem Skalarprodukt mit zweimal dem gleichen Vektor eingesetzt, dann handelt es sich hier immer um eine Norm. Eine Norm muss nämlich auch noch weitere Eigenschaften, über die wir gar nicht hier in diesem Video gesprochen haben, erfüllen. Und die sind aber alle erfüllt, wenn wir uns diese Norm halt eben gerade so definieren. Bleibt also nur noch kurz über die Vollständigkeit zu sprechen. Und die ist natürlich erfüllt. Man hat sich die reellen Zahlen damals so definiert, dass sie gerade vollständig sind. Das war ja gerade einmal die Motivation, um von den rationalen Zahlen zu den reellen Zahlen überzugehen, weil die rationalen Zahlen nicht vollständig waren, allerdings die reellen Zahlen schon. Und hier hat man jetzt halt eben den r hoch 3 vorliegen und da vererbt sich die Vollständigkeit direkt von den reellen Zahlen. Wenn er mir das nicht glaubt, dann rechnet es doch einfach kurz nach, dass jede Kuschifolge auch hier im R3 konvergiert. Währenddessen vergesst nicht, dass die 3x-Ungleichung euer Freund ist. Damit solltet ihr dann aber relativ einfach zum Ziel kommen. Ja, mit dieser Vollständigkeit zusammen ist dann also der Skalarproduktraum R3 ein Hilbertraum. Und zusätzlich natürlich auch noch ein Bannerraum, aber jeder Hilbertraum ist automatisch ein Bannerraum. Für ein weiteres Beispiel kann ich jetzt eigentlich einen Großteil hier auf dieser Seite stehen lassen. Ich wische nur einmal zwischendrin hier das Skalarprodukt und die definierte Norm weg. Da müssen wir gleich noch ein bisschen was abändern. Bei dem Beispiel, das ich uns jetzt hier nochmal rausgesucht habe, handelt es sich um den L2. Und zwar ist der L2 einmal der Vektorraum aller Folgen, welche quadratsummierbar sind. Das bedeutet also alle Folgen, für die diese Reihe n gleich 1 bis unendlich xn zum Quadrat konvergiert. Also in anderen Worten kleiner als unendlich ist. Ganz nebenbei, wir schauen uns den L2 hier für reelle Folgen an. Das bedeutet für alle Kenner, ich habe dort zwei Betragsstriche weggelassen, die man im Fall von komplexen Folgen noch bräuchte. Schauen wir doch mal auf ein Skalarprodukt, welches auf diesem Folgenraum hier definiert ist und mit dem dieser Folgenraum zum Skalarprodukt rauben wird. Ich setze jetzt hier in dieses Skalarprodukt zwei Folgen, xn und yn, rein. Und dann ist ein Skalarprodukt definiert als die Summe von n gleich 1 bis unendlich xn, yn. Also hier auch wieder solch eine Reihe. Entsprechend kann man jetzt natürlich auch wieder eine Norm definieren. Das geht auf dem gleichen Weg, wie wir es bisher auch schon getan haben. Und zwar setzen wir jetzt einmal die Folge xn und die Folge xn in beide Komponenten des Skalarproduktes rein und ziehen davon die Wurzel. Und wie schon zuvor erwähnt, induziert also jedes Skalarprodukt auf diese Weise immer eine Norm. Wenn wir uns das Ganze jetzt noch einmal ein bisschen genauer hinschreiben, dann ist also das Skalarprodukt einmal eingesetzt, das Ganze nichts anderes als die Summe von n gleich 1 bis unendlich xn zum Quadrat und davon die Wurzel gezogen. Ganz nebenbei, an dieser Stelle sieht man auch wunderbar, warum man hier diese Eigenschaft in der Definition des L2 benötigt. Damit hier genau diese Norm auch immer schön kleiner als unendlich ist. Wenn man dann noch ein winzig kleines Stückchen weiterdenkt, dann sieht man auch, dass hier dieses Skalarprodukt immer kleiner als unendlich ist. Das folgt genau so aus dieser Eigenschaft und zwar mit der Cauchy-Schwarz-Ungleichung. Am Ende bleibt noch zu erwähnen, dass dieser L2 natürlich auch vollständig bezüglich dieser Norm ist. Wenn ihr diese Vollständigkeit jetzt noch selber nachrechnen wollen würdet, dann nehmt euch ein bisschen Zeit mit und bedenkt, dass ihr am Ende nicht zeigen sollt, dass irgendwie nur eine Cauchy-Folge konvergent ist, sondern dass eine Folge von Cauchy-Folgen in diesem Folgenraum irgendwann konvergent ist. Wisst ihr, was noch ein Traum wäre? Wenn ihr diesem Video noch ein Gefällt mir gebt und meinem Kanal vielleicht auch noch ein Abonnement anlasst. Ich würde mich auf jeden Fall riesig darüber freuen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen.